Schauen wir uns einmal den Lieferumfang der CM128 AIP an. Wir haben hier ein Komplett-Set vor uns und dementsprechend ist hier auch alles enthalten. Wir haben einen Akku dabei, wir haben ein Ladegerät dabei, wir haben Kugeln dabei und sogar noch einen Speedloader. Machen wir den Deckel mal auf. Als allererstes begrüßt uns dann hier eine Bedienungsanleitung für die CM128. Hier auch schön zu sehen, wir haben hier noch eine Explosionszeichnung mit den verschiedenen Ersatzteilen. Da kann man bei Begadi hier und da auch was bekommen. Dann hier immer die Standardsachen, wie befüllt man das Magazin, wie schießt man, wie stellt man die Feuermodi ein und so weiter. Dann haben wir hier jetzt noch ein Messprotokoll von Begadi, die Waffe ist gekront mit 0,4 Joule und das auch konstant. Das werden wir natürlich im Kronotest nochmal nachtesten. Genau, dann einmal hier der Speedloader, ganz einfacher Speedloader in Rauch, Transparent, Fassungsvermögen um die 90 Schuss denke ich mal. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät, einmal das Netzteil und den dazugehörigen Adapter, wo man dann eben hier ganz einfach den Nimmer-Akku dann einsetzen kann. So, ja man sollte es schon richtig rum machen, genau, alles klar, genau. Und dann einmal hier noch auf ein Päckchen Kugeln, dürften 0,2 Gramm sein. Ja, sind für die Waffe auf jeden Fall okay. Wir haben ja jetzt hier keinen High-Tuning-Lauf drin, der irgendwie 60, 70 Euro kostet. Also für die Waffe auf jeden Fall okay. Und dann natürlich die CM128 mit diesem, ja, Button wieder dran, dann mit diesem Schildchen-Hop-Up-Version. Und dann eben hier das Magazin aus Metall gefertigt. Und ihr habt es eben schon gesehen, wir haben dann auch nochmal hier in der Packung Silizia-Gel eben, dass Feuchtigkeit aufgesogen wird und dann hier nochmal sehr schön eben einen Reinigungsstab. Kommen wir nun erst einmal zu den allgemeinen Daten der Waffe. Bei dem AIP-Coilt handelt es sich um eine automatisch elektrische Pistole, deshalb AIP, im Kaliber 6 mm BB, die Energie wird mit unter 0,5 Joule, bei Begadi mit 0,35 bis 0,4 Joule angegeben. Das kommen wir nachher noch. Dementsprechend haben wir hier auch den vollautomatischen sowie semi-automatischen Schussmodus. Ja, Gewicht wird angegeben mit 756 Gramm. Wir haben nochmal nachgewogen. Mit geladenem Magazin haben wir hier ein Gewicht von 763 Gramm. Mit dem ungeladenen Magazin haben wir dann 752 Gramm und ohne Magazin sind es 630 Gramm. Die Länge wird mit ungefähr 230 Millimetern angegeben und der ganze Spaß wird mit einem 7,2 Volt und 500 mAh starken Akku angetrieben. Ja, und letztlich das Magazin aus Metall gefertigt, fast bis zu 36 Schuss. Intern entwickelt dann die standardmäßige AIP Gearbox. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal mit dem Chrono-Test fort. Nun zu den Materialien des High Kappa AIP Coils von CIMA. Ja, zwei Materialien hier wieder verbaut. ABS Kunststoff und Metall. Zinkdruckguss größtenteils. Und wir schauen uns die ganze Geschichte jetzt mal an. Kunststoff. Haben wir einmal das komplette Griffstück eben aus Kunststoff gefertigt. Samt Griffschalen und hier hinten die Griffsicherung sowie Magazinextender. Aus Metall gefertigt ist hier einmal der komplette Verschluss. Zinkdruckguss, eben die verstellbare Kimme aus Metall gefertigt, Korn ebenso, der Hahn, Feuerwahlhebel, hier eben der eigentliche Verschlussfang, hier aber eben der Halteschieber für den Verschluss aus Metall gefertigt, Abzug ebenso. Aus Stahl haben wir hier einmal beidseitig die Schrauben, die eben die Griffschalen halten. Dann hier oben die Einstellschrauben für die Kimme. Und eben hier vereinzelt Schrauben, hier auch dieser Pin, ebenfalls aus Stahl gefertigt. Ja, intern hatten wir ja schon gesagt, werkelt eine standardmäßige IP-Gearbox aus Metall gefertigt. Schauen wir uns das Magazin an, auch standardmäßig IP eben aus Metall gefertigt. Wir haben hier ja, sage ich mal, ein etwas längeres Modell als bei den anderen IPs, also zum Beispiel bei den Glocks M9 und beispielsweise auch dem Standard Colt, dem kurzen. Das Magazin ist ein Stück länger, ungefähr so viel, so ungefähr drei Zentimeter länger. Wir werden natürlich nachher nochmal einen Test machen mit dem kurzen Magazin, aber hier eben großteils aus Metall gefertigt, beziehungsweise komplett, außer hier eben oben die Haltelippen und der Follower aus Kunststoff gefertigt. Nun zur Verarbeitung der High-Cupper-IP. Die Verarbeitung ist für eine IP in dem Preissegment sehr, sehr schön, gefällt mir gut. Wir haben hier, schauen wir uns das einmal an, eben den Verschluss, da sehen wir keine Naht vom Zusammenfügen, sehr schön gearbeitet. Auch hier das Hülsenauswurf, beziehungsweise das Verschlussfenster, schön. Man sieht hier dann eben klar, das Griffstück eben aus zwei Hälften gefertigt, aber das geht, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Hier unten dann auch wieder, hier sieht man dann nochmal Made in China und so weiter und so fort. Ja, also die Verarbeitung ist echt in Ordnung. Auch die Metallteile sind schön verarbeitet, man sieht hier wenig irgendwie gesprengeltes, was ja bei Zinkdruckguss eben manchmal so hervorkommt, dass das so gesprengelt aussieht. Haben sie auch schön lackiert, gibt jetzt auch keine Abplatzungsspuren. Wird die Zeit natürlich zeigen, wie sehr sich der Lack abnutzt, das wird auf jeden Fall passieren, wie stark, muss man dann eben sehen, aber gar keine Frage. Auch hier oben eben noch schön eingearbeitet, wohin man dann eben drehen muss, um die Kimme in der Höhe zu verstellen. Und genauso das gleiche auch hier einmal mit einem kleinen Punkt für die Seitenverstellung. Also drehen wir quasi im Uhrzeigersinn, verschieben wir die Kimme nach links, gegen den Uhrzeigersinn dann eher vom Schützen aus gesehen nach rechts. Also alles top gemacht. Wir schauen uns dann nochmal den Verschluss an. Dazu betätigen wir einfach diesen Hebel, drücken diesen runter, müssen dann hier hinten noch eben die Feuerwall-Modi auf Vollauto stellen. Und können dann eben den Verschluss ganz einfach nach oben entnehmen. Können wir uns dann nochmal von innen aus anschauen. Also hier seht ihr auch wirklich, das ist eine schöne Verarbeitung, die mir sehr gut gefällt. Zu den Markings. Markings fallen sehr dürftig aus, was ich auf keinen Fall bemängeln würde. Wir zeigen sie euch jetzt einfach mal. Hier unten haben wir eben den Importeur Begadi mit einer Energie von unter 9,5 Joule. Wir haben hier die Classic Edition, eben mit Standard-Nimmer-Akku. Dann hier unten auf dem Mac Extender einfach nochmal das Made in China. Und dann lediglich hier Feuerwall-Hebel. Hätten wir jetzt eigentlich Fire and Save. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Save funktioniert hier über die Griff-Sicherung. Hier haben wir eben Einzelschuss und Dauerfeuer. Das heißt, hier über diese Sicherung findet keine Sicherung statt, sondern eben die Wahl der verschiedenen Feuer-Modi. Ja, das war es schon soweit an Markings. Und weiter geht's mit dem Magazin, mit der Inbetriebnahme. Zur Inbetriebnahme der ganzen Geschichte. Die ist eigentlich relativ einfach. Ich erkläre es euch nochmal kurz. Wir hatten ja schon den Verschluss einmal abgenommen, aber ich zeige euch jetzt nochmal alles im Detail. Weil ich denke mal auch, dass der eine oder andere Anfänger hier unter unseren Zuschauern dann sein wird. Ja, relativ simpel. Wir haben ja hier diesen mitgelieferten Nimmer-Akku. 500 mA Kapazität. Spannung 7,2 Volt. Wie lege ich den jetzt ein? Ganz simple Sache. Zuallererst würde ich jetzt einfach hier den Feuerwall-Hebel nach unten, also auf Vollauto stellen. Dann einfach hier den eigentlichen Verschluss fangen. Hier eben der Haltebügel für den Verschluss. Den einmal nach unten drücken. Und dann einfach den Verschluss nach vorne und gleichzeitig so ein bisschen schräg nach oben abziehen. Und dann habt ihr hier eben diese Haltevorrichtung samt Batterieauswerfer für eben den Akku. Beziehungsweise nicht Batterie, sondern Akkuauswerfer. Genau. Jetzt müsst ihr einfach nur noch auf eine bestimmte Sache achten, wenn ihr den Akku einlegt. Ihr habt hier einmal diesen Pfeil und mit dieser Seite wird der Akku zunächst und zuallererst hier reingedrückt. Das war's schon. So habt ihr jetzt quasi den Akku eingelegt. Um ihn jetzt wieder auszuwerfen, einfach diesen Hebel betätigen und er springt wieder raus. Ganz simple und einfache Sache. Der Verschluss wird dann einfach hier vorne wieder über die Mündung draufgesetzt. Also schauen, dass hier eben die Mündung durch das Mündungsloch geht. Und dann muss man hier manchmal diesen Hebel ein bisschen reindrücken. Und kann dann hier eben ganz leicht den Verschluss wieder rauf führen. Den Sicherungshebel nach oben. Und nun wäre die Waffe eben schussbereit. Magazin dann einfach noch befüllen. Unten einführen. Und das war's schon. Nun kommen wir noch einmal dazu, wie bediene ich die ganze Sache. Wie mache ich die ganze Sache nun schussbereit. Ist eigentlich auch relativ simpel. Ich hatte ja schon angesprochen, die Sicherung erfolgt hier nur über diese Griffsicherung. Wie beim Original. Sprich, ihr müsst, wenn ihr die Waffe in der Hand habt, diese Griffsicherung gedrückt haben. Das habt ihr automatisch, wenn ihr die Hand herumlegt. Damit der Colt einen Schuss abgibt. Wir können das ja mal demonstrieren. Wenn sie nicht gedrückt ist, tut sich nämlich nichts. Schalten wir jetzt einmal auf Semi-Auto. Drücken. Ihr hört, es löst sich ein Schuss. Vollauto nochmal. Ihr seht also, die Waffe verfügt über eine Griffsicherung. Dementsprechend aufpassen dabei. Keine manuelle Sicherung, sondern eben nur hier diese Griffsicherung. Die eben das Ganze vor einem Schuss, ja, von einem Schuss hindert. Schöne Sache auf jeden Fall. Gefällt mir gut, wie man das gelöst hat. Dass es hier auch funktioniert. Eine tolle Sache. Und ja, ich würde jetzt vorschlagen, wir schauen uns nochmal die Waffe an, wenn wir da jetzt ein Lipo reinbauen würden. Beziehungsweise erstmal, wie würde die ganze Geschichte aussehen, wenn wir die kurzen G8-Max einführen. So, schauen wir uns nochmal die Magazine im Vergleich an. Links haben wir das mitgelieferte zum Colt. Rechts haben wir dann eben eins von der CMA G18 zum Beispiel, von der CM030. Führen wir das mal ein. Und ihr seht schon, das ist deutlich zu kurz. Aber rastet ein. Wäre also kein Problem. Kann dann natürlich aber sein, dadurch, dass ihr hier einen Hohlraum habt zwischen Gearbox und diesem Magazin-Extender, dass zum Beispiel das Magazin sich mal verhakt, ist bei mir jetzt noch nicht vorgekommen. Aber der Magazin-Boden könnte sich theoretisch irgendwo verhaken und dann habt ihr den Salat. Dementsprechend, die Magazine kosten ja auch nicht die Welt, die jetzt zum Colt genau passen für die Länge. Aber ich würde mir da auf jeden Fall dann einfach 2-3 im Ersatz bestellen. Kosten dann 30 Euro. Wunderbar. Wir können uns nochmal den Spaß machen. Ja. Passt leider nicht. Ist eben aufgrund dieses Magazin-Externers der Fall. Man könnte jetzt theoretisch das Teil abschrauben und dann sich vielleicht was anderes ranmachen. Dann könnte das eventuell passen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich würde es aber einfach lassen, weil ich finde, das sieht jetzt nicht sonderlich schick aus. Bei dem Teil vielleicht eher als beim anderen Colt von Sima. Aber ich würde es einfach lassen. Und einfach entweder hier die Sima-Macs, wenn ihr keine neuen kaufen wollt, keine extra kaufen wollt oder eben die dazugehörigen Macs, verwenden. Ihr wundert euch sicherlich, warum habe ich mir jetzt hier eine G18 hingelegt. Ganz einfach. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie das Ganze dann eben mit Lipo-Mod aussehen kann. Hier anhand meiner G18C von Sima. Ja. Schauen wir uns das mal an. Ihr seht hier eben folgendes. Wir haben hier eben eine neue Verkabelung. Ein kleines MOSFET. Und dann eben hier einen Mini-T-Stecker. Drangelötet. Und der ersetzt quasi jetzt diesen standardmäßigen Nimmer-Akku. Ihr könnt jetzt also die Turn-Egy-Lipo-Akkus. Achtet darauf, dass ihr eben die besseren kauft quasi. Also die mit 45 bis 90C. Die sind noch ein bisschen besser, was das Ansprechverhalten dann angeht. Gibt aber auch die 35 bis 70C. Die sind auch vollkommen in Ordnung. Ich würde aber, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, auf die mit 45 bis 90C zurückgreifen. Ja. Was wird hier eben letztendlich gemacht? Hier wird quasi dieser Schieber abmontiert. Und vom Schieber, wo der Nimmer-Akku eigentlich dran erhängt, gehen ja zwei Kabel eben zur Switch-Unit. Die werden abgelötet. Also ein Kabel geht zur Switch-Unit. Und das andere eben unten zum Motor. Dementsprechend werden die abgelötet. Und es wird eben direkt verlötet hier mit MOSFET. Und dann eben das Kabel. Wunderbare Sache. Hat jetzt ein deutlich schöneres Ansprechverhalten natürlich. Und schon die Switch-Unit. Das ist, ja, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Begadi hat jetzt momentan den AIP-Colt nur als Klassik-Version. Noch nicht als AIP-Version. Wird, denke ich mal, aber auch noch kommen. Muss ich nochmal Rücksprache mit Begadi halten. Aber die anderen Modelle bekommt ihr bei Begadi als AIP-Version mit LiPo. Und der Preis, der ist wirklich super top in Ordnung. Da könnt ihr echt nichts gegen sagen. Also für unter 100 Euro Umbau plus MOSFET plus LiPo. Da ist echt nichts gegen einzuwenden. Ja, nur dass ihr das mal gesehen habt, wie das aussehen könnte. Kommen wir auch schon zum Fazit der Waffe. Ja, kein Internal Part. Der einfache Grund ist, ich habe schon ein bisschen was angesprochen. Was beispielsweise den Akku angeht. Und ich finde, das reicht bei der Waffe aus. Weil die Teile sind einfach bewährt. Haben sich jetzt über, ja, man muss schon sagen, ein Jahrzehnt irgendwie im Airsoft etabliert. Auch schon länger. Und die Dinger laufen. Und wenn so ein Teil mal kaputt geht, ey, dann kaufe ich mir einfach eine neue Gearbox. Oder ich kaufe mir eine neue Waffe und habe dann zum Beispiel hier einen Ersatzteilspender. Gar kein Problem. Ja, es gibt eigentlich nichts Negatives an den Teilen auszusetzen. Das Einzige, was man halt negativ ansetzen kann, das kann man aber natürlich verändern, ist eben der Nimmer-Akku, der irgendwann seinen Geist aufgeben wird. Und der nach einer Zeit eben natürlich auch keinen Spaß mehr unbedingt macht. Wenn man weiß, okay, es gibt Leute, die spielen das mit LiPo. Die haben eine höhere Schussfrequenz. Eine höhere Kadenz eben. Das möchte ich auch. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man ansprechen kann. Aber ansonsten gibt es nichts Negatives zu sagen über diese Waffe. Spezieller zu der eigentlich auch nicht. Wir haben eine schöne Verarbeitung, die auch dem Preis entsprechend zu rechtfertigen ist. Also bis auf die Naht vom Zusammenfügen. Mein Gott, ich spreche es immer in jedem Review irgendwie an. Aber wir sprechen hier über einen Preis von knapp 69 Euro. Und da ist sowas gar kein Problem. Ja, intern, klar, die Metall-Geebox, die tut ihren Dienst. Die wird auch lange ihren Dienst tun. Und ich hatte es angesprochen, wenn was ist, dann kauft man sich einfach eine neue Gearbox oder eine komplett neue Waffe. Ja, wir haben hier eben die Griffstücksicherung, die mir hier sehr gut gefällt. Die hier eben auch Funktion hat. Dann eben den Metallverschluss, die einstellbare Kimme. Und allgemein, das Design gefällt mir gut. Eben ein bisschen moderner gemacht. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das Teil ist von den Maßen her zwar nicht 1 zu 1 ein High-Kapper-Nachbau. Aber es ist auf jeden Fall realistischer als zum Beispiel der CIMA Colt 1911 als Standardversion. Der hat deutlich andere Maße. Hier haben wir eben einen, ja, ich sage mal 1 zu 1 Nachbau in Anführungszeichen. Von den Maßen her nicht ganz. Aber wenn man sich das optisch mal anguckt, das sieht schon eher nach Colt aus als beispielsweise der Standard-Colt, den es schon länger von CIMA gibt. Ja, was ich ein bisschen schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man hier keine andere Lösung gefunden hat mit den Magazinen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man das hier so ein bisschen, ich kann es ja nochmal in die Kamera halten. Hier seht ihr es eben, da ist ein Hohlraum zwischen Gearbox und diesem Extender. Dass man den hätte vielleicht schließen können, sodass man die CIMA Max ohne Probleme nehmen kann. Kann man natürlich trotzdem, aber es kann natürlich passieren, dass sie sich da verhaken. Aber ansonsten auf jeden Fall noch ein Pluspunkt dafür, dass eben auch die Standard-CIMA Max packen und man nicht unbedingt gezwungen ist, sich neue zu kaufen. Ja, von uns aus gesehen klare Kaufempfehlung für den CIMA AIP High Copper Colt von Begadi bzw. bei Begadi erhältlich. Und ja, wenn euch was juckt in den Fingern, wenn ihr Fragen habt zu dem guten Teil, schreibt es in die Kommentare. Eine Antwort sollte relativ zügig kommen und wenn nicht, liegt es daran, dass YouTube sich mal wieder Zeit lässt mit den Benachrichtigten über Kommentare. Alles klar Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns. Wir sehen uns.